In den USA treten die Schauspieler und Schauspielerinnen in den Streik. Damit schließen sie sich den Drehbuchautoren an, die Anfang Mai schon die Arbeit niedergelegt haben. Es ist der größte Doppelstreik seit den 1960er Jahren. Die Verhandlungen zwischen Vertretern BTV und Filmstudios mit der Schauspieler-Gewerkschaft PsychAftra waren zuvor gescheitert. Die Schauspieler fordern bessere Vergütung. Aber nicht nur das. Das ist ein Moment der Geschichte. Das ist ein Moment der Wahrheit. Wenn wir nicht jetzt nicht groß stehen, werden wir alle in Trouble sein. Wir werden alle in Gefahr sein, die von Maschinen verwendet werden. Zahlreiche Schauspieler haben ihre Unterstützung für den Streik angekündigt, darunter Matt Damon und Emily Blunt. Die beiden haben bei einer Vorführung des Films Oppenheimer in London nach einem Auftritt auf dem roten Teppich aus Solidarität mit den Streikenden die Veranstaltung verlassen.